Unsere Freizeit- und Sportanlagen sind alt, vor allem unsere Hallenbäder sind sehr alt. Sie sind 50-jährig oder mehr, das ist für ein Hallenbad sehr viel. Sie werden dadurch sehr aufwendig im Betrieb, teilweise ist der Betrieb auch sehr kostspielig. Sie werden aber auch sehr aufwendig im Unterhalt, der Unterhalt ist teilweise fast nicht mehr möglich. Dort müssen wir reagieren, wir wollen etwas Neues bauen, etwas, das den modernen Bedürfnissen entspricht, für den Schulsport, aber auch für den Schwimmsport. Es ist zwar teuer, aber wir sind dafür überzeugt, dass es auch künftige Generationen noch lange gute Dienste leisten wird mit dieser Schwimmhalle im Neufeld.